das heißt jetzt wir haben die auch mit alle drin doch schön wir haben wir zwar auch schon sachen aber da haben wir noch keine pipes dafür so dann hätte ich gesagt als nächstes ist war mir rest und fackeln ich weiß zwar dass ich niemals in meinem leben so viele braucht aber dann haben wir hier noch papier ja dann haben wir hier eine mit den pipes also das heißt wooden pipe stone stone iron gold dann kommen hier die die pipes rein so dann schauen wir mal wir haben hier diamanten wir haben hier redstone das kommt auch weg das kommt weg das kommt weg das kommt weg das kommt weg ist das nicht schön was jetzt schon alles weg kann so und die haben wir sogar schon angeschlossen so dann diese ganzen dinge da so dann kommst du rein die kommen hier rein die kommen hier rein oh die ist die obere okay aber das ist kein thema ich reise einfach diese eine pipe hier ab das war der hier dann setze ich die hier drauf einmal oben unten okay wie gesagt ich kann mir ein paar ja abschlagen dadurch dass ich hier jetzt hinten dran laufen kann noch mal zwei weg danke heißt es ja ich kann von hinten drauf zugreifen das heißt du rein du rein du rein gut man sieht es ist jetzt schöne viele arbeit aber wie gesagt ich mache das jetzt dann peu a peu vor allem ist es halt am anfang wichtig dass wir das zeug kriegen was wir brauchen so und das heißt jetzt jetzt müsste ich eigentlich wenn ich jetzt hier drauf schlage die crafting logistic pipes kriegen und zwar ich bräuchte bitteschön acht okay er sagt er vermisst diamond transport pipe 15 leuchtende staub und vier glas okay ähm so dann muss ich den mal schnell deaktivieren dann habe ich das auch dabei oh und meine kiste ist leer cool ähm ja habe ich noch leuchtende staub jawoll habe ich klasse okay das heißt leuchtende staub rein und 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 okay ha und habt ihr gesehen das war jetzt meine geschwindigkeit okay ich habe noch zwei das heißt wir müssen auf jeden fall ich habe die noch vergessen nicht ich habe die vergessen anzuklemmen jetzt wird es lustig jetzt muss ich auf die andere seite das heißt ich tue hier glas rein dann haben wir nämlich auch glas drin glas 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 habe ich keins mehr aber das habe ich noch redstone also sobald es nicht mehr in die default rute marschiert sondern es kisten gibt ähm seht ihr die so richtig weg rauschen okay und die habe ich noch vergessen ach so dann komme ich hier hin dann kommst du da rein switch switch so klasse ähm hier ist holz drin hier ist nichts drin also das heißt dann kommt hier press rein bronze rein ähm blue alloy rein okay ähm silber silber kommt dahin wo das gold ist oder wo ich nicht hinkomme das war die falsche das ist auch die falsche dann ist das die richtige so dann haben wir das nämlich auch und dann haben wir das alles weg dann haben wir das holz dann haben wir das holz dann haben wir hier press erde kann auch weg glas papier okay ähm dann kommt das glas weg dann haben wir hier noch press das ist auch weg das ist hier die pipe ich habe hier noch eine golden contactive pipe dann hätte ich gesagt mache ich auch noch drei beziehungsweise die machen wir unten hin ja die basic kommt auf jeden fall hier hin dann brauchen wir das restliche holz das ist jetzt auch endlich eingedrudelt und dann haben wir noch das andere holz dann haben wir hier den stein auch noch der kommt hier hin der kommt hier hin so und wir haben langsam aber sicher äh das gröbste zeug weg so dann lasst uns nach drüben rennen und schauen ob wir die auto crafting table noch dazu kriegen so ah wir haben hier glas das schmeißen wir gleich mal rein kann weg bronze kupfer lapis auch weg diamond pipes können auch weg ah ist doch mal schön dass man jetzt ein wenig was wegräumen kann äh hier haben wir auch nochmal glas ähm dann haben wir das oh zimt glaube ich habe ich noch nicht eingeräumt drüben das heißt dass wir dann ein wenig brauchen ok das heißt jetzt wir brauchen auf jeden fall crafting logistik pipes machen wir mal zehn stück und ihr habt gesehen request successful jawoll also das heißt wir brauchen jetzt diesen diese schönen sachen auch nicht mehr machen und das heißt jetzt als nächstes geht dieses schöne rezept komplett mit und dieses schöne rezept geht auch mit so schicke ich das auch gleich rüber und wir haben zehn stück bekommen klasse so dann kommst du äh dahin huah nein was willst denn du da ich glaub's ja aber so richtig wo kommen die her ist hier so dunkel neun also da nicht da haben wir schon zwei flecken mit acht das gefällt mir gar nicht ok also da wo es acht gibt fackeln ich brauche fackeln ich brauche definitiv fackeln hu habe ich gut so lange habe ich den noch gesehen ok dann ok hier ist bonnet hier auch super oder die packen sich durch die decke keine ahnung also ich verstehe es nicht ich habe mir mal gemeint die spawnen erst ab 7 aber naja weil hier könnten sie dürften sie eigentlich nicht durchkommen gehen wir da weg komm verschwind danke für die wolle ok dann hätte ich gesagt äh machen wir das wieder weg machen wir die crafting table auch noch an so dann haben wir das dann haben wir das dann haben wir das das modul so dann kommt das 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 und das und wir haben einen provider äh genau hier so dann kommt hier blank das 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 und redstone und wir haben ein extractor ok dann hätte ich gesagt brauche ich auf jeden Fall noch eine ich brauche noch eine request pipe habe ich eventuell die materialien da dass ich sie bauen könnte zwei golden gear und ein basic logistik hm wäre zwar kein problem aber ich laufe trotzdem also ähm ich laufe hier nochmal hin und ich muss jetzt nochmal gucken ob das vielleicht klappt ja klappt also das heißt ich kann jetzt auch hier reinlaufen äh und äh dann kann ich das da in ruhe lassen so wir haben hier sechs gates fertig und äh sechs redstone chipsets ähm ups ja ist ja gut das heißt ich muss diese chipsets wieder reinstecken so und dann die haben ja schon alle und fehlt hier noch einer so bauen wir die mal ab zack zack auch du uah toll das war klasse ok zack zack dass du läufst dass du läufst dass du läufst und dass du läufst und du auch und dann kannst du weg so das heißt ich fange jetzt langsam dann doch etwas arbeiten an und wie gesagt wir werden das wohl nochmal erweitern darum lasse ich die auf jeden Fall noch weiterlaufen wir haben hier den Raum dass die Herrschaften dann ähm das machen können beziehungsweise ich kann die Mauer sogar dann abreißen das mache ich gleich weil die können dann gemeinsam in diese eine golden contactive pipe rein ok ähm dann tun wir den dich mal schnell laden so und gut ist wie gesagt ich brauche jetzt dann noch drei von den Gates mal wieder ein Tripsets fertig super also wir wollen die auf jeden Fall dazu kriegen dass die mal mit Vollpower arbeiten und das wollen wir schon schaffen ok dann brauche ich mein Wrench das wäre jetzt das wichtigste ich bräuchte davon zwei bitteschön ähm und zwar das war der ah der Requester ja und die andere habe ich auch nicht dann muss ich da auch noch einen abrufen und zwar eine Basic bitteschön äh ich glaube ich habe da vergessen das Ding einzuschalten ok ist aber gleich kein Problem machen wir gleich so das ist dann das und das und das und wir haben noch eine Request und ich habe eine Kiste bestimmt drüben dann lasst uns nach drüben laufen so das heißt die Kiste kommt hier hin äh ja so welche war es denn die untere oder nein ich habe wirklich sechs Stück noch drin cool alles klar dich brauche ich auf jeden Fall auch weil du musst noch hier hin und ähm ich brauche noch eine Diamantkiste danke schön du kommst dann hier hin wobei ähm den schlagen wir nochmal ab den machen wir dahinter können wir den nämlich auch weg machen haben wir noch einen jetzt weiß ich warum das ich nicht machen wollte so okay dann machen wir es doch so wie ich es vorgehabt hab äh das ist Crafting das ist Logistik sag mal hab ich den jetzt wegschmissen bin ich blind ach da ist sie ja äh ja die wollte ich extra so machen dass ich auch draufhauen kann okay das heißt das das hab ich das hab ich das hab ich ähm jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch eine Autocrafting Table und jetzt wisst ihr auch warum dass ich das da brauche ich brauche dafür vier Stück und von dem brauche ich auch vier Stück danke schön so das heißt der ist wieder frei da kommst du dahin importieren so dann kommst du hier hin dann hab ich hier meine Autocrafting import super ähm das ist dann die Crafting Logistic Pipe ähm bitteschön 10 Stück danke schön und wir sehen hier ein wenig was rumfliegen und 10 Stück danke so dann geht es nämlich jetzt etwas zügiger und ich muss nicht jedes Mal ähm halb durch den Ding da latschen dass ich mein Zeug kriege ähm so dann kriege ich bitte noch eine und ich kriege bitteschön ähm 11 davon danke so wir sehen die ganzen Sachen vorbeirauschen und äh ich brauche gleich noch eine es sind schon vier automatic crafting table da dann haben wir hier noch eine crafting logistic pipe jetzt müssen wir noch schnell warten bis er das alles durchgezogen hat dass ich die da wegschlagen kann ja auf jeden fall läuft jetzt hier einiges so wir haben neun es fehlt noch eine und wir sind durch dann heißt der kann weg der muss hin und du musst auch hin und ich glaube es fehlt noch eine beziehungsweise die wir jetzt geschluckt haben weil ich okay ich bräuchte sogar noch fünf cool okay das heißt ich haue jetzt drauf nochmal fünf stück dankeschön so dann gehen wir hin ähm ich brauche davon einen ich brauche davon einen ich brauche davon zwei ich brauche davon auch zwei weil ähm ja es sind die einfachen Sachen ab und zu die was am schnellsten geht so und so okay das heißt wir gehen jetzt nach hinten importieren 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 und importieren okay das heißt wir haben jetzt schon mal wir können stücke herstellen wir können die tische automatisch herstellen hier jetzt auch alle da sind so dann hätte ich gesagt brauche ich gleich ja nochmal ähm von diesen herrschaften machen wir mal 25 stück dass wir auch wissen was wir machen so und die rauschen richtig schön hier durch warten wir mal komplett ab bis alle da sind so und ab und wir hauen gleich die Pipes drauf jawohl das heißt wir können jetzt diese Reihe unten auch noch anschließen okay dann hätte ich gesagt werden wir noch etwas davon aufräumen und dann werde ich mich langsam aber sicher dem Ende nähern so ähm ja zum Beispiel ich brauche ja ich habe ja vorhin gesagt ich brauche eine Fackel äh ne ich brauche Saatgut mhm Kürbiskerne gehen Kürbiskerne oh ich habe es doch schon gesehen ich habe hier die Blume und sobald ich jetzt eine habe habe ich alle dann habe ich hier rot und hier habe ich noch Indigo danke ähm beziehungsweise ich werde davon mehr brauchen und zwar dürfte das kein Thema ja sein so die ist voll die ist auch voll die ist noch leer du bist die Nummer 3 dann kommst du auch da hin ja jetzt werden wir da einige sagen was macht er denn jetzt wenn man zu spät äh rechnen kann macht man es zweimal okay das war Nummer 1 jetzt kommt Nummer 2 das ist dann die hier oh schön rein okay und jetzt kommt noch die letzte das ist die rote da brauche ich jetzt nicht so aufpassen dass die alle in rei und glied stehen die zahlen so dann die Blumen und wir laufen zu den Autocrafting Table das heißt hier kommt gelb rein hier kommt rot rein hier kommt die Indigo Flower rein und Import Import und Import so dann sind wir schon mal da in der Hinsicht und wir brauchen jetzt die Provider hätte ich gesagt machen wir mal 5 Stück oh Missing Papier alles klar dann hätte ich gesagt mache ich 2 und hier auch 2 und wir haben jetzt noch genau ein Papier übrig beziehungsweise nein ich habe noch ganzen Stack einstecken toll so ist das natürlich großartig wenn man Papier einstecken hat dann ist beides da Provider und Extractor das heißt wir müssen die Blümchen auch noch anschließen oh das war die falsche ich brauche doch nicht ach man ja ah ok auf jeden Fall kann ich jetzt da noch eine Kiste machen okay dann auch das ist das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020